Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight mit eurem Karuso. Interess natürlich wie immer bei Moralische Unterstützung. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Was? Was? Krass klar aus ey. Bluthütte, wieder Schrottplatz. Oh, ich bin hier alleine, okay. Ah, hier kann ich flüchten und hier ist ein Generator. Machen wir doch schon mal, ne? Oh, Gott. Oh, ich bin hier drin. Kranchonne Erste Generator an. Ich habe einen an. Es sind zwei an. Geil. Oh, jetzt habe ich auch jetzt meine Handtasche in der Hand. Okay. Ich sehe den Killer. Das ist ein Spieler. Ne, das ist ein Killer. Scheiße. Das ist ein Spieler. So, der erste Generator lief ja ganz gut. So, der erste Generator lief ja ganz gut. Es geht an den zweiten. Ja. Noch ein Generator an. Super. Boah, war jetzt knapp. So, hier habe ich noch ein Generator angemacht. Geil. So, noch ein Generator. Und sie sind noch alle am Leben. Oh, Idiotekopf. Super. Ey, wie geht der mit, Idiot? Weißt du? Scheiße. Scheiße. Mit der Sack hast du gelaufen. Wegen dem Trottel, ey. Ja, der Killer mich. Verstehst du? Alter. Na toll. Ah. Er sieht dich, er sieht dich. Pass auf, er sieht dich, Junge. Hat mich schon weht. Der Killer zu tun. Da. Ich kếu. Dar. Ist das Department. Du. Ach. jetzt krieche ich hier weg ich hoffe ich schaffe es ich habe mich eine runde geholt ich bin gespannt ob das mit dem recover jetzt klappt der ausgang ist offen ich muss sagen hammer geiles team die haben gerade zu zweit den 1 runter geholt jetzt kommt einer heilt mich dass ich ausstehen kann gute leute gute leute wirklich ich glaube wir sollten den anderen jetzt noch vom haken holen der macht ihr das tor auf ich gucke ich probiere das ausgang ist offen ist er tot oder was hat er der hat versucht sich zu befreien gut dann gehe ich raus zwei generatoren angemacht so stehe ich hier zwei sind einer tor auf 2 schon geflüchtet habe ich auch raus schöne schöne geile runde hat spaß gemacht mit den leute scheiß nicht so oft ist aber ich hab zu wenig gemacht sehe ich gerade ok 9000 points ok gut der killer war nicht so toll kurz meine upgrades angucken nicht schlecht ich kann gerne wissen ob du irgendwann auch klamotten bekommst verbesserungsvorschläge gerne gesehen und sonst in diesem sinne wünsche ich euch einen ganz tollen tag euer garuso bye bye